Herzlich willkommen, Freunde, mit der nächsten Quest, die Großjagdjagd. Oh, diesmal ist es der Nebelgipfel, wo uns diese Quest erwartet. Hallo. Verbeugst du dich dann noch bei mir? Ja, Anstand muss sein. Ich hock mich jetzt hier voll cool hin. Boah, ich muss jetzt Steph unbedingt essen. Außerdem, warum verbeugst du dich, hallo? Denn dann muss das andersher gehen. Okay, warte, ich mach das gleich noch mal. Moment, wo waren das noch mal? So. Ähm, das war nicht das. Wo bist du? Bist du? Audi-Partner. Okay, ich begrüße mal. Ja, den beachten wir ab sofort nicht mehr. Okay, ich komm. Nein, ich will mit. Und Abflug. Jo. Audi-Partner. Ich bin am überlegen, ob ich mir auch diese Rüstung mache, einfach nur, damit es Partner wirklich ist. Da musst du aber auch mit einem Morphax kommen. Ich hab Morphax da. Zwei nur ne Brachidios, aber... Äh, wo bin ich denn hier? Achso. Achso. Ich hab die Grimsekatze. Die klappt auch. Oder ich mach mir den Roggy für den Bogen und nimm dann den Revolver. Haha. Ich hab ja ein Roggy-Revolver, deswegen. Oh, ich weiß was. Wenn man diese Vögel tritt, pupsen die manchmal so ein Ei raus. Ich such jetzt erstmal einen Großjaggy. Mhm. Aber guck mal, der Großjaggy macht dem, äh, Schützen schon... ...viel Schaden. Alter, ernsthaft, der macht wirklich viel Schaden. Ja. Was will denn der mit seinen 95 Rüstungen denn machen gegen den? Hm, gute Frage. Ich bin heute mal unterwegs, im Übrigen mit meinem schönen Flammensturm. Ich hab die Waffe schon ewig nicht mehr benutzt. Ich hab die aber letztend, gestern oder so, hab ich die aufgebessert. Der Kam ist schon beschädigt. Ich hab die gestern mal wieder, äh, aufgebessert. Die hat jetzt Affinität, glaub ich. Oh, der Kam ist großjaggy. Da, 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 da. Oh, der humpelt schon! Aua! Das ist gar nicht so einfach bei uns. Der ist ergifte, der ist verhump... der ist tot. Ich wollt grad sagen, der ist am Humpeln. Da wär bei mir grad rausgekommen, er ist am Verhumpeln. Ähm, ich glaub, das wird ein sehr langer Part. Ja. Wir können ja irgendwie den Part nennen, irgendwie großjaggige Trom. Nein, ich packe den Titel der Quest dahin, ja. Damit auch jeder, der die Quests suchen will und wissen wir, wie das funktioniert, auch ein Video dazu findet bei mir. Die große Yagi-Jagd. Ja, könnte ja sein, dass jemand nicht weiß, wie man einen Großyagi besiegt. Ja, das ist schon die höchste Kunst. Ja. Wo ist der andere? Das ist das Yagi-Nest. Da ist ein Yagi, ich muss ihn treten. Hier ist auf jeden Fall das Nest von denen. Ich will die Brücke nochmal finden, ich will nochmal runterspringen. Ja, ich bin auch die Brücke, wenn ich runterspring. Die Brücke war hier. Wo kann man denn die Brücke runterspringen, an welchem Punkt? Du kannst jetzt an sich runterspringen. Bei mir ist da eine Barrikade. Warte, da links geht es gleich hoch. Links. Links. Ah, da. Oh. Banzai. Aua. Man landet ja voll auf dem Gesicht. Geil. Ich will auch springen nochmal. Das ist mir gar nicht aufgefallen, also muss ich nicht, ich dachte, das ist jetzt wie bei der Oedness-Insel, das auf dem Bein landet. Nee. Voll aufs Maul geflackt. Okay, kam es kaputt. Ich muss erstmal gucken und den Wegzeug spenden. Verdammt. Vom Wasser aus, ähm, direkt geradeaus wurde runtersprunglich. Zu spät. Ich bin schon am verlaufen. Ja, das ging mir aber am Anfang auch so. Ich geh jetzt mal da lang. Das sieht zumindestens richtig aus. Also wenn du nicht gleich kommst, dann ist es vielleicht fertig. Moment, ich will ja was erledigen erstmal. Adidadidadidad. Ähm, falsche Tasse. Hey, du sollst ein Ei verlieren. Verlieren Ei. Verlieren Ei. Das funktioniert nur beim ersten Cut. Ich dreh trotzdem weiter. Okay. Verdammt, jetzt die Mission zu ändern. Er läuft weg. Nein. Nimm nicht. Lalalala. Kreischer. Hier muss ich sagen, sieht das Wasser um einiges besser aus als auf der anderen Ebene. Man merkt einfach, dass diese Map vorher nicht existiert. Oft Monster Hunter 3. Die haben ja das, ähm, den V-Teil benutzt. Als Grund. Aber auf jeden Fall, okay, das Wasser ist hier trotzdem platt, aber das wirkt einfach besser. Im Übrigen ist die Map hier, ähm, von Monster Hunter 3 von der PSP-Version. Hm. Mal so um ein paar Informationen so raus. Ich finde, Wasserfall runterspringen. Na gut, dann eben nicht, dann lauf mich eben runter. Ich finde die Stelle da unten ja persönlich, ähm, also ich finde die Sieben wirklich, ähm, grafisch genial, irgendwie. Ich mag das mit diesem hohen Gestrüpp da. Hm. Oh Mann. Macht schon was her. Hm. Wunderbar besser als die Hütten des Insel. Zumindest vom Wasser her. Nee. Irgendwann gibt's nen Wasserpatch. Alter, ich hab zwei Vogelübersteine von mir bekommen. Ähm. Ich vielleicht nicht, wie es aussieht. Naja, die sind nicht selten. Ich mein, wenn Großjagg das droppen kann, ja. Ja. Gut, Freunde. Damit hätten wir die Ultraschwere Quest mit Großjagg gerade so geschafft. Hm. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Actionreichen Folge auch wieder dabei. Ja. Sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschö. Mehr als erwartet. Vielen Dank.